Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds mit dem Steffen. Es geht. Und wir springen direkt rein ins Spiel. Wir sehen uns gleich. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich immer das in diesem Auswahlbildschirm mache. Ich komme nicht darauf klar, wenn ich im Flugzeug sitze und raus muss und keine Ahnung, Begrüßung und sowas. Alles zu stressig. Wir sehen uns gleich. Und da sind wir wieder. Und wieder der Blick zu FaceCamp. Yasnaya, oder? Diesmal Yasnaya, komm. Yasnaya Buliana. Einer unserer, neben Lipovka, einer unserer Spots. Ja. Äh, raus. Warte. Jetzt. Okay. Und auf dem Dach. Oh nein, da will wirklich... Oh nein, ein Zweierteam will zu mir. Fuck. Ich komm zu dir. Scheiß auf mein Haus, Alter. Zack, zack. Dann geh du hoch. Ich geh erstmal draußen die Sachen hier machen. Ich geh dann aber gleich hoch, ja. Sollen wir die pushen? Ich hab... Ich hab ne K. Noch keine Waffe. Hm. Ja, dann pushen wir die trotzdem. Du... Oh, da hinten auch noch welche. Sobald wir ne Waffe haben, rennen wir da rein, ja? Ja. Die K ist dafür aber total... Gänzlich... Ja, ist echt so. Sobald... Ah, ich hab ne M16, Bro. Direkt, komm. Komm direkt. Ich hab O und P. Okay, dann los. Go, 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 go. Kann sein, dass es jetzt fürchterlich schief geht. Kann sein, dass wir jetzt zwei Kills holen. Okay. Ähm, ich würde auf, äh, Ego schalten. Ja, wir im Haus drin sind, ne? Ja, ich hab jetzt schon Ego. Die werden jetzt gepusht. Die gehen auf Kills. Die werden zwar auch schon equipped sein, also geh ich schwer von aus, aber... Scheiß drauf. Geh besser auf Auto, ne? Ja, ich hab die auf Auto, aber das kannst du ja machen. Wo? Scheiße, von rechts. Lass mich rein. Ach, sorry. Sorry, sorry. Wo denn rechts? Außen. Ich weiß nicht von wo. Warte, ich geh hoch. Broker. Da! Hab ihn ausgenockt. Hab den Kill. Aber sein Kumpel ist noch oben. Ja. Zummerat Erste-Hilfe-Koffer. Äh. Schmerzmittel. Rotpunkt. Neun Millimeter. Stimme leise. Stimme leise. Stimme leise. Stimme leise. Stimme leise. Links. Läuft links. Ah. Warte, der ist so. Warte mal kurz. Sein Kumpel ist noch oben. Ja, ich hab nur im 16. Ja, dann lass pushen. Komm. Geh hoch. Warte, ich geh vor. Ich kann ruhig vorgehen. Warte, warte. Wo ist der jetzt? Denkst du, der ist in einem dieser Räume drin oder einfach weiter oben? Weiter oben, oder? Ja. Warte, ich... Erstmal looten unter dem. Sind aber nicht in der Zone, Bro. Sind sehr nicht in der Zone. Okay, ja, hoch. Hoch, hoch, hoch. Komm. Der ist ganz hoch? Ja, Tür ist... Na gut, Tür ist immer offen, ne? Der ist hier nicht. Dann hat er wahrscheinlich von draußen schon auf mich geschossen. Ah, meinst du? Kein nicht. Dann hat er den selben Plan wie wir, weil hier liegen noch Rucksäcke und so. Ja gut, das kann ja sein, dass er einen bekommen hat. Aber draußen war ja auf jeden Fall einer. Okay, liegt ein Vielfach super, alter Bro. Ja, ja, gut, okay. Dann hat er sich verpisst. Äh, nimmst du den, lass ich dir liegen. Ja, ja, ja. Wo liegt der denn? Hier bei mir, direkt vor mir. Ja. Okay. Oh, sorry. Schlimm. Ein bisschen Muni für die M16, dann legst du dich noch ein bisschen gut. Ach so, du hast die M16, ich hab die M4. Boah! Alter, hier liegt ja noch voll die Muni, alter. Ja, dann haben die das nicht gelootet. Hey! Ne, warte. Danke schön. Warte, nimm ne andere Waffe. Ja, was soll ich grad nehmen? Ich hab hier keine andere. Du hast ja noch ein bisschen Schuss übrig, das passt schon. Ich hab ihm alles von der Nase weggeklaut, ey. Oh Mann! Aber denkst du... Fuck. Denkst du, der ist noch hier? Oder denkst du, der hat sich verpisst? Ich denke mal, der hat sich verpisst. Aber guck mal, wie die Zone aussieht, Bro, ohne Autoschaft. Ah ja, okay, dann lass uns raus, dann lass uns raus, lass uns raus. Lass uns woanders looten gehen, einfach. Ah, schade, Jasnaja, aber diesmal... Wo müssen wir eigentlich hin? Warte, ich guck mal raten. Ich glaub, da hinten ist ein Motorrad, aber ich... Biss denn da auch rinky? Ja, warte, wo läufst du hin, Alter? Bin kurz stehen geblieben, am Web zu machen. Ach so. Ach so. Ich glaub, da hinten war ein Motorrad. Kann aber auch sein, dass es ein Busch war. LOL! Da hinten steht ein brennender Buggy. Alles klar. Kann man machen. Ich hab bestimmt gedacht, ich hab ein Auto und dann, äh... Und ab dafür und dann Boom. Äh... Allerdings heißt das auch, dass der hier irgendwo noch sein wird. Äh... Fuck. Nase juckt so. Ähm... Bro, wo läufst du lang aus? Sag mal, warte mal, Moment mal, brennt der Buggy? Der Buggy brennt nicht, oder? Doch, der brennt. Äh, doch, der brennt. Äh, doch, der brennt. Ich war grad, ich dachte erst, das wäre hinter dem Buggy, aber leider ist es nicht hinter dem Buggy. Sollten Straße laufen, ne? Äh, ich bin schon am Weg zur Straße. Immer umgucken. Hi, jei, jei. Oh, du hast nicht Full Life? Äh, ich hab auch gern Energy Drink, glaub ich. Wie viele Schüsse hast du denn mit der M16? Äh, 79. Ja, komm, Alter. Ich hatte noch, äh, 11 oder so im Magazin. Weil ich den Typen da getötet hatte. Ja, weil ich nachgeladen habe. Keine Muni mehr. Und ich gleich so gezielt habe. Ne, war ja auch okay. Ist ja völlig okay. Ich mein nur wegen der Muni. Du hast ja noch voll viel. Ich hatte 11 Muni noch. Oder, oder so. Ah, gut. Ich wusste ja nicht, wie viel du hast. Mhm. Och, komm, jetzt lass uns nicht im Stich. Oh Gott, ne. Das schaffen wir sowas von nicht. Ich finde das voll bescheuert. Was? Mit den, äh, mit dem Crates. Also erstmal habe ich gerade geguckt. Man, es gibt ja diese, ähm, Gamescom-Kisten, ne? Und die Gamescom-Kisten kannst du dir ja... Ah. Schüsse. Das ist sehr nah. Das ist, glaub ich, hier unten. Direkt. Bei Süden. Links unten, oder? Ja, kann gut sein. Ja, das ist da. Ja, was machen wir? Müssten eigentlich mal gucken. Lauf du mal weiter. Ich schaue. Ja, das ist hinten, das ist hinten bei der Halle. Warte mal, ich glaube, lauf weiter. Ja. Ja, da hinten steht ein Auto. Wollen wir hingehen, oder wollen wir weiter Straße laufen? Hinten steht ein Auto. Das ist weiter Straße. Nein, scheiß drauf, komm. Wir machen das. Ah, warte. Da hinten läuft einer, da hinten läuft einer. Auf den wird geschossen. Äh, 165. Und ich sehe auch den dazugehörigen Typen. Der steht 150. Ah, der steht so weit weg. An der Halle. Aha. Äh, ich habe kein Visier, ich sehe gar nichts. Zweimal getroffen. Ah, Doktor. Ja. Der andere Typ ist links an den Bäumen. Oh, und sie haben sich in der Halle anscheinend getroffen. Dann warte, wir machen das so. Wir aim das. Ah, du hast kein Visier, ne? Ich habe kein Visier, ne? Äh, das war AK. Das war der. Der Typ ist tot. Der wird sich das Auto schnappen. Äh, ey, pass rechts auf, ja? Rechts aufpassen. Rechts von der Halle. Ja. Wenn der das Auto haben will, schieße ich den tot. Ja, wir brauchen selber das Auto. Ja, genau darum, ja. Aber wir lassen ihn kommen. Oder? Ich lauf rechts. Komm, wir lauf... Geh, du bleib, du links. Bleib, du links. Okay? Jo. Scheiße, ich habe ihn nur ausgenockt. Da ist irgendwo noch ein anderer. Scheiß drauf, geh ins Auto. Kannst du ins Auto? Ja. Oh, hier. Hier, sagt bei mir. Okay. Wo? Hab mich ausgenockt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Und dann ab zum Auto. Scheiß auf den Lut. Ja, 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 ja. Weil die Zone ist unser Arsch, Junge. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Oh, ja, von vorne. Okay, los. Vorsicht, Vorsicht, die werden... Ja, die schießen auf uns sind weitergefahren. Warte, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Bro, du musst Querfeld einfahren. Ja, ich weiß, fahre ich. Äh, hier ist die Zone. Ja, ja, ich hab ja den Marker auf der Map. Ach so, ja, gut. Uuuuh, Alter, Bro. Mann, ihr habt ne K. Scheiße. Warte. Ja, das war wieder heftig. Oh nein, 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 nein. Alles gut. Aber ich hab auf jeden Fall getroffen, das ist schon mal... Ja, das ist ja was. Ja, wahrscheinlich wieder nur wegen der besseren Ausrüstung überleben, denk. Danke. Alter, what the fuck. Hä? Bei mir sieht das... Du bist voll der Schlangenmensch, Junge. Mach das noch mal. Hui. Hahaha. Okay, warte. Hör auf, das lenkt mich ab. Äh, such... Alter, what the fuck. Äh, such mal bitte was, wo wir hingehen können. Äh, hier sind Häuser. Wir kennen doch Pochinki. Oh, ich weiß nicht, ob die Stadt richtig gut ist. Äh, dann lass hier die Häuser. Also die hier. Sind die in der Zone? Ne, die sind nicht in der Zone. Ne, ne, die sind nicht in der Zone. Ja, auf der linken Seite an der Straße müssen gleich welche auftauchen. Die da. Geradeaus du. Geradeaus zu. Meinst du, wollen wir tryen? Mal gucken, ob zu ist. Das Problem ist, wenn du einen Hit bekommst, bist du tot. Nein, da läuft einer. Ja, ich weiß. Schieß einfach genau. Gut gemacht. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay, dann fahren wir weiter geradeaus. Hier, hier, hier. Ja. Dann küsst du die. Ich bin ein bisschen, ein bisschen, äh, AT-Kreuzung. Ne, ja doch, gleich ist die T-Kreuzung. Oh, Alter. Ich weiß nicht. Was meinst du, sollen wir? Ja. Okay. Warte, ich kann kurz gucken. Ich hab keinerlei High-Intems. Ich kann hiermit nichts dienen. Ich hab selber. Ich bin überhaupt nicht equipped, Alter. Ähm. Oh Gott. Ich brauch selber. Ich brauch selber High-Intems. Ja, Alter. Ja, ist echt. Oh, ah. Dreier-Helm. Ich hab zumindest noch einen Verband, den ich nutzen kann, ja. Ja, ich auch. Ich heil mich jetzt so erstmal hoch. Ja, muss. Wir sind halt zum Glück was weiter in der Zone drin. Mhm. Puh. Das war ja, äh. Junge, der Typ hat einfach fett, war gerade am Looten. Den, den ersten, den ich da erwischt habe. Ja. Ja. Und den zweiten, der war ja dann der... Alle... Den hätte ich, den hätte ich haben können. Den hätte ich haben können. Ja. Ja. Ich... Was brauchen wir denn? Äh, gefühlt noch. Wir brauchen gefühlt alles. Ja. Ich hab keine Weste. Ich hab nen Energy. Den brauch ich aber leider selber. Naja, ich hab mich für die Verbände jetzt ein bisschen hochgehalten. Boah, glück, glück, glück. Oh, Mann. Erste Hilfe Koffer. Wo bist du? Äh. Zweier Rucksack hab ich hier. Aber das ist nicht das, was ich brauch. Simoni. Oh, Mann, oh. Na klar, dann bringt mir die 7.6. Simoni auch was. Oh, Zweier Rüstung. Sehr gut. Jetzt brauch ich nur noch Highlights. Ja, Weste Stufe 2. Sehr schön. Ja. Ich brauch... Auto. Auto. So. Fährt aber weg, glaub ich. Das hat hier nicht gehalten. Ich guck nochmal hier. Oh! Erste Hilfe Koffer. Uiuiui. Sehr schön. Barhelm Stufe 2. Komm her. Ähm. Nimmst du gleich das Auto? Ich lauf weiter. Äh. SW Häuser. Ja. Häuser Gruppen. Ah, Benzinkanister. Warte, ich will nur kurz den Energy Drink nehmen. Oh, Junge, dass man nicht über diese Zäune kann. Warte. 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 Das Problem ist, wir müssen vor den Leuten aufpassen, die uns da gerade begegnet sind. Die werden in unsere Richtung kommen. Ja. Oh! Im Stufe 3. Nice. Ich will die Pistole nicht, Alter. Ich will den Helm. Digga. Digga, was? Boah, hoffentlich lebt unser Auto noch. Ich bin noch in Erste Hilfe Koffer gefunden. Boah, Alter. Ich kann gleich um mich schießen. Wie sonst was, Alter. Boah, wie viel Schuss hast du denn für die? Na, erst 187. Boah, das geht aber noch, Alter. Ja, ich weiß, wie viel hatte ich mal in einer. Da sind Fächer, da sind Fächer, da sind Fächer, da sind Fächer, da sind Fächer. Ja, da sind zwei. Bei unserem Auto. An unserem Auto. An unserem Auto. An unserem Auto. Ich laufe von anderen Seite. Nehme ich unter Beschuss. Nehme ich unter Beschuss. Scheiße, scheiße, scheiße. Bisschen, da ich hier drin bin. Banate. Habe ich ausgenockt? Naaaah. Fuck my life. Wo ist der? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der andere, sein Kumpel ist ausgenockt. Hab ihn. Jawoll, Junge. Wuh. Looten, 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 looten. Ah, jajajaja. Gute Idee, gute Idee, gute Idee. Den anderen Typ habe ich hier am Auto gekillt. Ja. Da gehe ich schnell hin. Oh, drei erste Hilfe Koffer. Vierfach Suche. Zwei Energy. Äh. Granate. Militär. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Nein. Ist besser. Ist nicht besser. Ich brauche Munition. Ach, hatte der. Äh. Ich habe noch 51 Schuss 556er Moni. Ja, gib mir. Gib mir. Warte. Äh, 556er liegt. Liegt noch nicht. Okay. Dann lass uns weiter. Lass uns weiter. Hatte der Heil-Items deiner? Ja, drei erste Hilfe Koffer. Kannst du mir zwei abgeben, oder? Wie viel hast du denn? Ah, warte. Ehe abbrechen. Äh. Ne, ich meine. Äh. Ja, ich habe jetzt die drei. Ich stärke noch mal. Warte. Geh erstmal ins Haus rein. Lass uns ins Haus rein. Geh rein ins Haus. Hier rein. So. Und dann hier erstmal hin. Äh. Du machst. Gehst ins Menü. Und dann drückst du auf den erste Hilfe Koffer mit Rechtsklick und Steuerung. Und dann gibst du mir einfach ein. Einen reicht. Einer reicht. Einer reicht. Hast du Red Bull? Rechts. Ah. Abbrechen. Ja. Zwei Stück. Gib mir mal bitte einen. Warte. Einen fallen lassen. Genau. Dann nimmst du den anderen. Einen selber. Einen fallen lassen. Genau. Und das Red Bull. Genau. Super. Danke. Genau. Dann nimmst du das Red Bull noch. Was du hast. Und dann lass uns weiter. Tiefachsuche. Hast du? Ja. Dann habe ich jetzt auch einen. Wuuu. Alter. Okay. Er stand aber auch. Der Stand. Zum Glück stand er da einfach nur in der Tür und hat auf dich gezielt. Er hab mich komplett vergessen. Äh. Okay. Sind wir fertig? Warte. 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 Führungsfeuerdämpfer. Mach das spät. Mach's im Auto. Mach's im Auto. Komm schnell. Ich will hier weg. Komm. Wirst du da? Okay. Ja. Wohin? Mach map. Äh. Jaaaa. Am besten zentral. Mach irgendwas zentrales. Erre hier. Das blaue, ne? Ja. Blaue Markierung. Allerdings fahren wir da auch nochmal durch ne Häusergruppe durch. Ich weiß nicht ob wir da nochmal looten wollen oder nicht. Nein. Mhm. Rechts ein Auto. Rechts? Ja. Neee, nee. Du meinst die Häusergruppe ne. Aber nein. Auf keinen Fall. Ja. Auf dem Feld oder so ist einer irgendwo hier. Wird geschossen. ja ich glaube die häuser da habe ich mal ja alles gut alles gut ja die häuser habe ich markiert aber ich habe damit geschossen ist das zentral oder was ja relativ wollen wir auf den berg aber auch oder schicken buggy oh gott oh gott hier sind irgendwelche waren einfach weiter jetzt waren wir wieder zum rand der zone ja ich weiß nicht was hier lässt sich dann lass hier rechts ja wo türe offen ja ist egal da gemacht rein 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 ob das geloot ist scheißegal okay so moment warte ist ein energy nice brauche ich auch boah verpiss dich was bro geh weg geh doch raus so okay du kannst machen was du willst ich gerade okay zeig mal okay lass hier drin bleiben ja ich würde sagen wir bleiben hier drin bis die zone kommt also laufen dann mit der zone ja geh mal weg okay war nur ein stein ja was man geht jedem geräusch und jedem ding nach ich bin wieder full life bro hast du noch ein energy nee ne ähm schade okay zwei erste hilfe koffer schmerz mit äh das haus da hinten wäre eigentlich auch ideal ne welches denn ah das da bei ihr ja ist das denn wirklich ideal ja ne ja irgendwie schon was richtiger ne ja allerdings wäre es blöd wenn das jetzt warten wir die nächste zone ab ne dann lass uns lieber mir entscheid du das jetzt mal komm entscheid das gehen wir dahin und sind vielleicht mittiger in der zone vor jemanden der sonst noch dahin will oder lassen wir es ne lass schnell komm komm ok ja ich fahre oh scheiße ich fahr 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 dann fahr ja warte jetzt ist spielbereich ja 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 nee warte bro stop 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 unseres ist total mittig unseres ist mega in der mitte warte ich park das auto aber kurz anders da ist auch hinten im wald eine crate runter gekommen ja scheiß auf die crate alter ach so ach so ja das ich weiß was nee nee schade jetzt müssen wir allerdings aufpassen das wird jetzt hier wahrscheinlich sehr begehrt das problem ist wenn hier wirklich jemand kommt und uns pusht haben wir verschissen ich habe ihn nicht ausgenockt aber er wurde ausgenockt auto auto da vom berg ja ich sehe es haben die uns gesehen äh weiß ich nicht bleib mal rum äh halten auf dem berg das kann aber auch einfach taktisch sein das kann aber auch einfach taktisch sein auf die berg ja ich wollte gerade sagen wow das ist gegen uns aber wo wo ist das weiß es nicht ich glaube frontal ich glaube ja ja auf mich wird geschossen das ist irgendwo südlich ist das alter was sind das für schüsse hört sich an als würden sie mega die schalme also ich ziele auf die türe falls die da reinkommen welche türe äh geradeaus vor mir westlich also süd süd okay okay ja ich habe das fenster oh god okay ei 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 okay die wissen dass wir hier drin sind auf jeden fall ja aber das problem ist wenn das hier wirklich jetzt der kreis ne das wird nicht der kreis aber wenn wir raus müssen wird es blöd ja aber das aber es ist gut dass das nicht der kreis ist weil wir werden hier gefickt weil so richtig ich sehe ihn auch nicht aber ich glaube hallo 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 ich glaube der hat aufgehört auf mich zu schießen also zumindest hat er nicht getroffen äh er hat gar nicht geschossen kann natürlich auch sein dass jetzt von woanders kommen ne oh warte ich bräuchte eigentlich bräuchte ich voll dringend die tastenbelegung fürs lehnen das äh äh q und e ja das habe ich umgelegt so ich muss das eigentlich nochmal machen ich bin in dem badezimmer drin ähm wenn frontal jemand durch das fenster sehe ich alles oh freunde das ist eine spannende runde alter sind noch 21 am leben wir sind nicht mehr in der zone die zone ja das ist aber prediktet junge ja was machen wir jetzt ist die frage wollen wir den auch nicht sehen ne den sehen wir nicht ja warte mal warte mal warte mal ähm aber wir haben das lange der ende bei sw bei sw bei sw an der zonengrenze rechts neben dem baum hat sich jemand bewegt ja ja da läuft einer den berg hoch ob das jetzt zu klug war von mir weiß ich nicht da ist einer ich sehe niemanden komm zu mir es weht die berge die bäuge hinter den bäumen ach da oh gott alter ich bin ganz anders in den bäumen ich sehe keinen hat ihn getroffen schießt auch zurück ich weiß nicht wo der ist oh scheiße hat mich stark getroffen ja boah ich sehe den nicht es tut mir leid weh zwischen den bäumen bro wenn du bei mir in der ecke warst bewegt sich die ganze zeit ich glaube ich sehe ganz hinten einen ja ja ganz hinten an der grenze an der grenze der bewegt sich jetzt gerade nach links nach links hat sich hingelegt what the fuck alter ist da so ein baum ist das zwischen zwei bäumen wo ein busch ist da ja der ist bisschen links von sw jetzt rechts sw wird auch beschossen ok rennt jetzt nach links den berg runter ok warte mal da ist ein kumpel von dem da ist noch einer rechts im berg hoch wir sind hinterm hügel bro hinterm hügel ich sehe einfach absolut gar nichts jetzt mich fickin alter ja was soll ich machen musst du die eigentlich sehen alter ja warte mal die sind genau da gewesen die haben sich jetzt wahrscheinlich versteckt und heilen sich die müssen auch gleich raus mhm also das ist gleich wohin laufen wir dann wir müssen auf die zu anders geht es nicht das ist hinter uns warte ich habe mich komm mit schnell ja ich jetzt sehe ich sie rechts von uns sw ja genau die meinte ich die ganze ja 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 die wurden aber auch noch mal beschossen warte wir legen uns hier ins gras auto ja ist egal warte ja die sollen oh alter was machst du aus autoschießen nein verraten wir nicht unsere positionen wir sind hier sneaky unterwegs jetzt halten die an rechts rechts ach du bist auch sind wir beide da rechts da rechts ist ein auto und geradezu ist das broke hat mich wiederbeleben da wiederbelebt mich erst schnell ja vergiss es ja verdammt 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 dann, siehst du es auch gerade noch, die sind am Auto. Die, die du gesehen hast, sind deutlich oben auf dem Berg. Ja. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Das war so knapp, ey. Ja, das stimmt. Egal, egal. Wir werden Aufnahmen haben, wo wir Erster werden. Das auf jeden Fall. Oh Mann, ey, das passt doch. Ja, 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 ja. Ich kann es vollständig nachvollziehen. Freunde. Du, also, ich sag mal, ich weiß es nicht. Also, ich fand es als dumm zu schießen, weil niemand wusste, glaube ich, wo wir sind. Weil ab dem, wo du geschossen hast, war ja halt mega laut und so, haben sofort die hinten auf uns geschossen. Kann aber auch sein, dass die uns vorher gesehen haben, aber ich wollte halt so ein bisschen sneaky sein und abwarten, bis die, ne? Ja, die haben halt, die haben die Schüsse gehört, aber die haben halt auch erst geschossen, als du wieder am Hocken warst und nicht noch als am Liegen warst. Ne, das waren ja gar nicht die. Das waren noch andere. Nein, 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 die waren ja hinter uns. Die, die ich verfolgt habe, auf die du geschossen hast, waren ja vor uns. Ja, aber die von rechts, meine ich. Von rechts wurden wir betötet. Genau, aber die konnten mich nicht sehen. Ich war hinter dem Baum. Darum haben die mich ja nicht getötet. Ja, als die dich verletzt geschossen haben. Genau, das waren, ja, dann bin ich hinter dem Baum. War ich hinter dem Baum. Das meine ich. Naja, egal. Es ist keine Schuld. Mein Gott. Wie gesagt, ne? Ja, für diese Folge gerne einen Kommentar schreiben oder ein Abo dalassen. Oh Gott, meine Hände. Scheiße. Ja, komm, Alter. War trotzdem gut. Ja, es war eine gute Runde, haben uns gut angeschaut. Ja. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video von mir. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.